Bruder, du kennst doch diese Jessica, ne? Bruder, sie hat mir so einige Blasen, ne? Richtig raufgespuckt, alles, Digga. Oder du kennst doch diese Saskia, meine Nachbarin. Ich hab sie so gefickt, ich hab den hier gemacht. Ja, Mann, ich hab den gemacht. Digga, sie ist fünfmal gekommen, ich gar nicht. Ich weiß, dass das so eine ist. Digga, sie ist die Schlimmste. Oder du kennst doch diese, wie heißt sie nochmal, Digga? Sie nennt sich MissPrincess008, Digga. Sie hat richtig den Arsch, die hat mir so böse den Arsch gefickt, Digga. Ich hab so gemacht, Digga. Sie hat mir richtig zerstört. Sie hat geschrien, Digga, ich zieh ihre Haare. Hau dir so auf den Arsch, Digga. Bruder, hast du den neuen Filmtrailer gesehen von Captain American 3? Hol mal dein Handy raus, zeig dir direkt im Internet. Zeig du mir, Digga. Bruder, du bist doch viel näher dran an deinem Handy, hol doch jetzt raus. Ja, aber du willst es mir doch zeigen. Dann zeig es doch mit deinem Handy. Bruder, du weißt, ich muss Internet sparen. Internet ist gedrossen. Digga, ich hab ein neues iPhone. Ich war bei dir noch nie zu Hause. Gib mal direkt deinen WLAN-Code, Bruder. Digga, wenn du schon in meine Wohnung großen WLAN willst, Digga, grüß doch erst mal. Heiz Maul, Digga, mein Internet ist schon gedrosselt. Wir sind halt bei dir noch nicht zu Hause. Mit uns keinem Brot brechen, Brot brechen. Nicht am unseren Tisch sitzen, Tisch sitzen. Wir sind einfach so viel neben euch. nicht über euch, neben euch, wie wir geschnitzen, Digga, Edelholz, Edelholz, mit uns kann rot brechen, rot brechen, echt mit krümmert, echt mit krümmert, nicht am Tisch tuten, schützen über und nicht neben euch, neben euch, wir geschnitzen, Digga, Edelholz, Edelholz, Digga, wo bleibst du? Ja, Bruder, ich bin noch beim Bus, ich bin gleich da, Digga. Du warst du gleich da, Junge, du bist locker noch zu Hause, ich höre gar keinen Verkehr und so, wem lügst du an? Digga, hörst du das nicht? Digga, der Busfahrer hupt schon, damit ich reinkomme, Digga, damit die Fahrgäste sich nicht belästigt fühlen. Du, laber mich nicht voll, man, mir ist richtig kalt, Alter. Digga, warum lässt der immer nur klingeln, Mann? Er gibt jede Woche Fuffi aus bei Tipico, aber er ist so gierig, sich einmal Guthaben aufzuladen oder Vertrag abzuschließen, Digga. Ich ruf extra nicht zurück. Nächstes Mal geh ich einfach ran. Bruder, ich war gestern bei Claudia, wir haben richtig gefickt, Bruder, weil sie war stoned, ich war stoned, wir haben böse gekifft, vorweg ein bisschen gesoffen, ich habe Whiskyflasche genommen auf ihren ganzen Körper, raufgekippt, Digga, dann habe ich sie hardcore geleckt, alles. Dann, ich hatte richtig Hunger, Bruder, ich mache ihren Kühlschrank auf, ich gucke die Hure, hat nur Salami-Pizza, Haram, ich habe nicht gegessen. Mach schon mal, Bruder, du hast die Hure, nein, Bruder, du hast doch Haram, Digga. Dinge, die Kanacken nie, aber auch niemals sagen würden. Bruder, ganz ehrlich, ne, ich finde deine Schwester hat einen richtig geilen Arsch, ich würde sie einmal riesig gern bumsen. Bruder, fix sie, Digga, fix sie, du bist mein bester Freund, ich gönne dir, Digga.